hallo und herzlich willkommen hier auf dem kanal im 11 challenge projekt mit mir mit dem alu und mit dem chrissy moin fett am käse man und das alu ist fett am treffen für mich was der chrissy macht sowieso kassau also kann man weiter so man es ist besser am randewisch bescheid merke immer noch ja das muss er wiederholen einmal kleines es okay type in kui ... ... ... ... ... ... ... Es ist ein Loser, hochkommen! Er hat nen Auftrag! Ja! 41 bitte mit Unkraut spritzen, also Unkraut weg spritzen, nicht Unkraut hinspritzen. Warte nochmal spritzen. Achso, ja. Kurze Frage, was fliegt denn da eigentlich für eine Drohne auf dem Feld? Das ist natürlich unsere Drohne. Ähm, sie läuft immer dabei für unseren TikTok-Kanal, Ackerballen könnt ihr gerne auch alle mal abonnieren. Ja. Okay, nicht folgen, passt. Machen sie das jetzt oder nicht? Was denn? Spritzen! Ja klar, heute Abend wieder. Piss dich! Du sollst auch mal weg spritzen, Unkraut weg. Ne, ne, wenn dann deine Mama. Machen sie das jetzt oder nicht? Ja. Oder wollen sie es machen? Sie haben eh nichts zu tun, die ganze Sache. Ich bin am Käse verladen, also dich. Ne, du warst reiß. Stimmt. Mach jetzt oder nicht? Ja. Spritz und fertig. Ja, ich spritz seit Armbeer. Jetzt spritz dich jetzt. Okay. Der ist so eine Scheiße. Ich werde irgendwann deinstallieren. Okay. Kannst du mir zeigen, wie man den deinstalliert? Armbruch bannen. Ach so, das krieg ich noch hin. So, Ende ist der ganze Käse verladen, alter. Was machen sie? Alter, Vater ist das viel Käse. Alter, Vater ist das viel Käse. Was, Rökelfrau, was ich mach? Vergieß es einfach. Willst du mich jetzt eigentlich rollen? Das war ne normale Frage. Wie viel haben sie? Kann ich noch nicht sehen. Ich hab keine Ahnung, wie viel ich hab. Kannst du mir erzählen, wenn du willst. Na, danke. Also. Wow. Wow. Einfach wow. Guckst du da eigentlich über auf mein Feld? Hä? Du auf mein Feld kuss. Ende. Was? Und los, Ende. Einfach da, aber klar, bitte. Ich werde dir denken. Okay, Digga. So, ne. Hier mach ich jetzt nen Touchdown. Komm her, du Kleiner. Keiner fällt über mein Pferd, Junge. Komm. Mal Käse. Scheiße, Mann. Gehse. Bist du eigentlich laut. Es sind nicht alle Mädchen, ne? Ja, du. Ich hab Pflegebereifung, du werd nix hin. Nee, weißt du, ich drehe schon. Guck da rüber. Seh den größten, der größte fliegt das andere in der Welt. Jetzt weiß ich, wer über mein Feld gefahren ist. Jetzt weiß ich's. Zocken jetzt der Lu. Du meinst wegen der Beschuldigung, jetzt weiß ich wer es war. Ich hab Pflegebereifung, du Clown. Ich hau dir gleich nen Clown. Ja, alles klar. Dann mach ich's ja doch vom Clown. Okay. Ja. Für den Gegner, genau. Ah, das will ich schlafen. Das macht nur 500 Euro für sie, Chrissy, weil ich mein Käse aufsammeln musste. Biber beißt dir gar nix. Ach, da liegt noch nen Käse, denk ich. Du musst doch alles aufsammeln, nicht nur die Hälfte. Justin Bieber. Nee, wirklich. Ich hab das in der Hälfte durchgeschnitten und hab das draufgeschmissen, weißt du? Echte. Ja, echt. Dumme Scheiße zieht bei Form jetzt, Junge. Oh, der ist ruckelt. Ja, Justin fährt wieder rum mit seinem Fett. Reisverkäufer. Jetzt mach nicht ab, Alter. Ich hab Dresch gerade. Mit deiner Lootrunde. Es ruckelt, das regt mir auf. Weil ich grad mit dem Käsetransport fahr. Leute, das ist kein schönes Bild, aber wenn das verkauft ist, ist die FPS wieder cool. Ich fahr gerade mit 9 FPS. Ich laute gerade mit 40 FPS meinen Anhänger mit Käse. Ja, super. Wenn wir die zweite Käse aufladen, dann eskaliert das selber. Gehört sich so. Gehört sich so nicht. Es ist ein Nitrate-Server-App, ich hoffe das. Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Ich fahr mal keinen Käse, bitte. Ich tue ich auch nix. Ich meiste mal irgendwo hin. Da müssen wir mal eine Lösung suchen. Das geht so nicht. Warum? Bei der unnormalen FPS-Drops Wenn ich jetzt nicht mit den Kills rumfahre Hat jeder hier unnormal wenig FPS Na, fahr Kaffin heute schnell Wenn ich jetzt nicht mit den Kills rumfahre Alter, ich sehe ich performen Ah, Lanz, moin Das Käse-Zeug kommt hier noch runter Sieht zu viel Performance Wo ist das Käse-Dings? Wollen wir wegrammeln? Es kommt nächstes Weg Okay Sieht zu viel Performance Hä, warum ist jetzt gerade mein Käse Wieder vom Anhänger runtergeflogen? Hä? WTF? Alter, ich habe gleich mal 5 FPS Ich habe doch gesagt, nicht aufladen Das habe ich früher schon aufgeladen Ich habe doch gesagt, dass das FPS zieht Das war unnormal Ich versuche gerade mein Zeug zu verkaufen Weil das unnormal FPS zieht Ich gucke mir Ihnen helfen Dumme Scheiß-Käse-Kacke hier Ach, hier steht nochmal Ich gucke hier, Besen Ich habe schon gerade so gesehen Einfach mal weg von dem Ding Ey, es leckt zu hart Sorry Leute, es leckt zu hart Aber es leckt einfach von dem Scheiß-Käse Du musst seitlich abkippen Lass mich mal machen Ich halte es mir nur umsonst Er lässt gut weg Guck Ah, jetzt kriegt das Alu-Geld Das sollen Sie jetzt mal merken Warum kriegt das Alu-Geld Warum kriegt das Alu-Geld 51.000 hat das Zeug gebracht Und direkt 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 wieder im weißen Bereich 51.000 hat das Zeug gebracht Ach stimmt, ich wollte mein Bösen mitnehmen Ich glaube Mann, dieser Dreckskäse Der regt mir auf heute Der regt mir auf heute Junge, was will Na leid Mann, das wird halt nichts mehr mit aufladen Der regt mir auf heute Was gibt's denn? Was gibt's denn? Ähm, haben wir noch Häksel gut, Herr Kollege? Ne, haben wir nicht Haben wir nicht? Nö Dann können wir die Lache zumachen, oder? Natürlich, du kriegst doch kein Zeug mehr, das war alles Bei mir haben wir jetzt letztendlich, ich verdichte jetzt, also können wir auch zumachen Oh ja, nur eine Frage, Herr Kollege, was soll ich denn so glässe? Sorry, Alter, was soll ich denn wissen? Was soll ich denn wissen? Sieht aus wie das die Lou Ich hab mit dem Besen hier rum Ach du Scheiße Was wollt ihr denn? Wie gut das auf einmal läuft, wenn der ganze Käse raus ist. Geiles Gefühl. 51k ist noch geiler auf der Tasche. Ui. Wird flex, ich weiß. So, meine lieben Freunde, das war's dann schon wieder mit der Folge Vergessenheit, um 19 Uhr wieder einzuschalten. Oh, stimmt. Live auf Twitch natürlich. Link dazu in der Infobox. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.